Wer hatte denn in diesem Spiel die meisten Torchancen? Und wer hat sie am wenigsten genutzt? Ich. Ich glaub gleich ist schon wieder vorbei, oder? Das macht nix. Na dann gehen wir sowieso in die Verlängerung. Nein! Was ist das denn? Was steht da? Scheißen, nein! Ich meine, ich hatte sowas ja schon geahnt, als... Also was für eine schlechte Besetzung ist das denn jetzt? Scheiße! Das gibt's da nicht, ey! Oh, ich kann nicht mehr... Ich bin doch raus! Scheißen! Scheißen! Ich werd wahnsinnig! Eigentlich müsste da... Das war... Also... Ich kann nicht mehr... Bin ich dran? Ich denke ja! Willkommen beim Elfmeter, scheißen! Tatsächlich, also... Ich muss... Warte, ich drück' gerade... Ja! Oh! Na jetzt... Na jetzt, jetzt nicht! Darf ich dich nur fragen, was du gedrückt hast? Oh, nee, sag's nicht! Ich hab gleiches Recht, weil... Ich hab dir recht mit der ganzen Hand auf das Nummernkarree gedrückt. Drück, drück niemals A, äh... Ja, A, das reißt sich... Ich glaub, ich muss gleichzeitig mit dem Steuerkreuz irgendwie was machen und... Schieß! Aber ich versuch grad X, geht nicht, Y geht auch nicht... Los! Scheiß, endlich! Ja! Am Arsch! Wo das denn? Wie mal's? Der ist gar nicht reingegangen! Der das... Ohne Gefahr! Ja, ich hab wieder... Ich hab wieder A gedrückt! Halt die Schnauze, wenn man schießt! Wenn ich jetzt noch ein Tor mach, hab ich ja eigentlich gewonnt, oder? Gewonnt, genau! Ich hab gewonnt! Ja, siehste? Das war... Guck mal, der Torwart, der geht weg! Der hat keinen Bock mehr, oder? Der steht sowieso noch nicht! Scheißen! Ich glaub, es geht los, ey! Scheißen! Ja, drück doch mal was! Das macht schon! Ja! Hey, hey! Mal ganz... Ey, hallo! Ja, super! Wieso ging der nicht drüber? Ich habe nur... Ich konnte nur A drücken! Hallo? Wieso schießt der so weit, dieser... Ich habe nur... Ich konnte nur A drücken! Schwanznase! B, X, Y... Ergibt gar keinen Sinn! Hier! Ja, das war bei mir auch so! Jetzt schießt schon endlich! Ach, verdammt! Oh! Verdammte Nutzel! Jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich aber mein Tor! Jetzt ist meine Chance gekommen! Nein! Warum war das kein Tor? Weil das rum drüber war! Und wie soll man Duff denn gewinnen? Schon wieder oben drüber! Also... Ich meine... Wie viele müssen wir noch? Ich weiß nicht, bis einer, glaube ich, zwei Vorsprung hat. Ah! Oh! Hier ist es nie gemacht! Hier ist es nie gemacht! Ich habe nach links gedrückt! Tor! Tor für Mandingo! So? Ja! Oh, gehalten! Nein! Hey! Ja! 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 Uuuuuh! Mandingo gewinnt! Und das sind die ganzen Mexikaner, die beim Elfmeter... Scheißen, richtig abgerockt haben! Das gibt es doch nicht! Spiel! Elfmeter steht da jetzt nochmal, also im Sinne von der, in der, hier... Wenn er, meinst du hier... Der Elfmeter Scheißen! Der sieht auch echt hässlich aus, der Typ, guck dir mal die Frisur! Ja, das ist so ein so, das ist so ein dünnerer und jüngerer Tony Marschall! Ja, das stimmt! Aber guck dir mal die Augenbrauen an, die sind zu gezackt da oben, so... Ja! Dieser Kampf... Kampf hat alle, bla bla bla! 2 zu 1 für Mexiko! Ach komm! Mexiko, 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 Mexiko... Viva la Mexico! Aber ich glaub beim... In... Es ist nicht nur Israel, wo es irgendwelche gewaltsamen Proteste mit Waffen gibt. Oh Mann! Da sind die Mexikaner auch, glaub ich, ganz weit vorne! Ne? Play of the game! Das ist ja auch eigentlich kein richtiges Englisch, oder? Eigentlich ja nicht! Spiel von dem Spiel! Ja, dann spiel doch mal rein! Spiel des Spiels! Spiel des Lebens! Ich wollt's gerade sagen! Oh, hier die Höhepunkte! Mein Höhepunkt! Guck dir das mal an, wie verpeilt mein Tor! Wo ich angreife! Mein Angriff glanzmäßig! Aber... Ja, okay, ich muss sagen, der wäre reingegangen! Wenn der Torwart nicht diesen Matrix-Move nach hinten gemacht hätte! Zumindest sah es so aus! So! Damit würden... Okay, da hast du... So, Elfmeterscheißen ist jetzt beendet! Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr auf das Spiel! Da war ja der Korrekturleser wirklich Fehlerplatz! Also... Ich glaub, der hat da gar nichts gemacht! Der war bestimmt die ganze Zeit besoffen und hat gedacht, boah, lass mal da scheißen stehen! Ja, also... Lass mal sein! Das wird der Running Gag! Ich mein... Ganz ehrlich, es ist... Es ist in einem Video auf YouTube jetzt erwähnt worden, dass da scheißen steht! Und das ist dann ein epischer Moment für die Nachwelt! Auf jeden Fall! Gut, also würde ich sagen, Mandingo vs Priest Runde 2! Mandingo gewinnt! Ach, ganz, ganz knapp! Ich muss ehrlich sagen, mein letzter wäre reingegangen, aber... Gönnen wir ihm den Sieg! Ähm, bei dem Elfmeterscheißen am Ende war das wirklich knapp! Es war wirklich knapp! Da geht's ja um jedes Tor und dass Mandingo, also ich, eins mehr hatte, das ist schon ein bisschen eng gewesen! Aber... Egal, wollen wir nicht alten Sachen hinterher weinen! Wie ist jetzt der Zwischenstand? Zwischenstand ist, also... Was haben wir beim letzten Mal gehabt? Draw, oder was? Letztes Mal war Draw, das heißt, es steht momentan 2 zu 1 für Mandingo! Alles klar! Na? Na, mal sehen, wie's in der nächsten Runde wird! Nächste Sachen folgen, und? Ja, dann sag ich jetzt erstmal tschüss! Ich auch, bis demnächst! Und wir hören uns, ne? Viel Spaß beim nächsten Mandingo vs Priest! Tschüss!